Also ich glaube, viele sagen ja so, dass ihr sportlicher Traum es war, Olympiasieger zu werden. Das ist natürlich bei mir auch klar. Also jeder möchte als Sportler wahrscheinlich mal Olympiagolp gewinnen. Aber für mich war immer der Prozess am wichtigsten. Also mir hat einfach der Sport an sich und das Besserwerden Spaß gemacht. Ich glaube, dass die Philosophie da ganz gut ist, dass das am besten für einen ist, worauf man überhaupt keine Lust hat. Ja, also dieses Jahr ist mein, sag ich mal, mein Trainingsniveau schon nochmal deutlich höher. Also ich habe schon jede Einheit, die schwierig ist für mich im Kopf, dass da nächstes Jahr Olympia ist und dass ich da alles geben muss, jede Trainingsinheit. Diese Person im Kopf ist ein hoheres Torwart und der